herzlich willkommen zurück und wir sind durch mit der mission beziehungsweise mit der ist noch ein geschütz abgang mit der und das ist die schichte so geschützt wenn man uns schwer erkennen kann Ja! 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 Alles klar! Wo war jetzt das Geschütz? Ach, das haben wir Schützerschutz. Ja, nice. Da gibt es noch ein Geschütz. Der Schütz zerstört. Das ist gut. Ja, das sehe ich auch, du. Kontrollpunkt erreicht. Nichts. Ja, hier sind doch bestimmt irgendeine Geschütze drin. Ja, jetzt gehen wir Schütze. 5 bis 60. Doch, das ist ein Schütz. Schütz! 8-200 Plus. Stahl macht hin. Ja. Dass Patrick eine행chaft hier ist, hört sich relativ schnell an. Halleluja! 10, 10, 10! Oh! erst mal eine granate das waren große boots oder besser gesagt stärkere boots oh 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 Wir müssen nicht mehr lange durchhalten. Das ist schon mal ganz gut. Die bringen absolut nichts bei dem, was haben wir hier? Das ist nur am Sturm, aber besser als nicht. Das ist nur am Sturm. 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 Alles klar. Sender deaktiviert. Gut gemacht, Noble 6. Kehr zum Schaden zurück. Sind da irgendwo? Eigentlich brauchen wir das ja nicht machen. Können wir ja zurücklassen, die Penner. Die müssen wir ja nicht besiegen. Die müssen wir ja schon gerne besiegen. Die müssen wir ja nicht 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 besiegen. Das ist gut. Wee! Ah, jetzt weiß ich was, wegen dem Inge-Backel. Noch kurz, dann haben wir hier oben irgendwas krasses. Jetzt sind wir auch. Durch die. Ah, die hat mich mischt. Boah, Granaten. Hier hat man auch nicht besonderes. Ein zweier Granaten könnte ich noch mal besuchen. Du könntest nicht nach so kurz. Noble 6, wir anfangen Berichte über Eliten und Ingenieure, die in den Miss Raya-Komplex wollen. Schalte sie aus. Ha, 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 ha! Und noch einmal! Ja, 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 ja. Das war's, das war's für. Ja, das war's für. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020